Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge TV & Friends. Ihr musstet ein bisschen länger warten, tut mir leid. Karriere stand im Vordergrund, dachte ich mir. Und am Wochenende soll dann halt die Folge von TV kommen. Im letzten Part haben wir wieder riesen Upgrades gehabt. Satte 5 Stück an der Zahl. Zum einen blende ich euch die mal jetzt ein. Gui Lavugi haben wir da eigentlich oder Gui Lavugui oder wie der heißt. Dann im Tor Duches, Diakete in der Abwehr, Niyang rechts außen und links als Verteidiger noch Kamil. So, dann gucken wir mal ins Team rein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir einen Gegner gefunden haben. Bis gleich. So, und dann haben wir auch schon einen Gegner gefunden. Gehen wir doch mal direkt ins Spiel. So, was haben wir denn da? 76, Kopie Hackett. Als Gegner. Oh, das sieht gut aus. Naja, hast du mal schnell deine Bank leergeräumt und mit Bronze vollgeballert wahrscheinlich. Aber egal. Wir sind bereit. Wir stellen uns der Schlacht. Und wollen einen raushauen. Ja, direkt Foul vom Gui Lavugi. Okay. Und wenn das mal keine Karte gibt, dann weiß ich auch nicht. Direkt Rot. Direkt Rot in der zweiten Minute. Das hatte ich auch noch nie. Selbstschuld. Komm, Fik, hier auch mal einen raus. Super Parade von Duchess. Leckt ganz schön. Super. Super. Hoffball-Duell gewonnen. Super. Was ist denn jetzt, Junge? Jetzt stellt er bestimmt um. Und weiter geht's. Weg hier auf einen Gamokul. Fouma. Und verliert einen Fek hier. Komm. Ah, schade. Fik hier. Fik hier. Fik hier. Jawohl. 1-0. 1-0 für uns. Fik hier mit dem Tor. Diesmal nicht TV. Aber Fik hier gefällt mir. Aber ich glaube, der hat sogar ein Gold-Update bekommen. Das heißt, den könnten wir sogar nochmal einsetzen in unserem Team. Das wäre ja klasse. Würde ich sofort machen. Weil der Junge ist einfach flexibel, also total beweglich. Und hat auch, wie man sieht, einen super Abschluss. 1-0 für TV und Friends. Und was macht der Gegner jetzt? Er macht weiter. Ah, diese Trickserei mag ich gar nicht. Ausgleich. Schnell gemacht. Eine Drehung und Tor. Das kennt man ja. Eine Drehung. Kommt an zwei Mann vorbei und verendet einen schönen Konter. TV. Und Gamoku. Jawohl. Eigentor vom Gegner, oder? Torjenientechnik, sagt der Ball, war natürlich im Tor. Sehr schön. 2-1 für uns. Eigentor. Da sind wieder diese geilen Drehungen. Weg hier. Schade. Da haut er erstmal auf den Boden. Macht Fick hier. Und? Die AKT, schieß mal. Schade. Heißes Spiel bisher, muss man sagen. Kleiner Fummler, unser Gegner. So. Dexter Martinez. Ja, hier wird, wie gesagt, nur gefummelt. Die AKT, hoch auf den Gamoku. Wo ist eigentlich ein Niyang? Da ist ein Niyang. Komm, Niyang. Schade. Und? Nochmal rauf da. Da ist auch keiner. Die Fuma. Gucken wir mal, die Drehungen wieder kommen. Ja, da war sie schon. Jawohl. Geklärt. Bila, wo geht? Ruf auf den Gamoku. Ah, der war zu schnell. Torwart, 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 Torwart. Jawohl. Jawohl. Der Ball, du Chess hält. Da ist hier wie. Der Ball ist weg. Oh, Camille. Will doch einfach mal nach vorn. Jawohl. Schade. Und in der Mitte, auf Fekir. eine Antäuschung und nein. Jawohl. Zum Glück, dass wir es nicht zu spät gemacht, äh, zu früh gemacht haben. Camille. Immer noch unser Verteidiger. Gamoku. Ah, Mann ey. Wir haben aber auch Chancen. Hoffentlich sieht es am Ende nicht so aus, dass es, ne, dass wir Scheiße bauen und nachher verlieren deswegen. Das wäre nämlich nicht so toll. Ab ins Aus. Gleiches Halbzeit. Jawohl, weg mit der Kugel. Super Pass, Tor. Doch nicht. Doch, jetzt. Ne. Super, du Chess. Alter Schwede. Ist das eigentlich ein Keeper? Fekir. Super, Junge. Was ist das für ein Solo, bitte? Na, TV? Junge, Junge. Jawohl. Erste Halbzeit vorbei. 1-0 für uns. Weiterhin. 2-1 meine ich. Sorry, Jungs. Und Mädels, dass sich der Crow auch mal hier selber ein Ei legt. Ich hoffe, es stinkt nicht. Haha. So, zweite Halbzeit. Wir sind dabei. Kiwi. Schieß! Jawohl, super geklärt. Coleman. Mach mal Coleman. Und dann einfach meine Mitte lang. Auf dem Gamow Pool. Kiefer kommt raus. Okay. Super, Diakete. TV-Lauf. Abseits. Oh mein Gott. TV-Lauf. TV-Lauf. Oh mein Gott. TV-Lauf. TV-Lauf. Schießmarke. Vanny mit der Ecke. Komm. Schade. So, jetzt feg hier. Oh, und die Latze. Und drauf. Wow, was ist das bitte für ein Spiel? Ja, ah, schade. Kamil. Abseits. Super, super. Ach, TB, Mann. Du bist halt ein Mann aus Beton. Noch mal den schönen Schuss vom Feig hier. Boah. Bowman. Schöne Grätsche. Schön den Ball wieder geholt. Und verloren. B-Pass. Yilawo-Gi. Der ist aber ganz schön offensiv, der Junge. Nian. Einwurf für uns. Jawohl. Gamukul. Feig hier. Fuma. Einmal nach außen. Aufkommen und schießt. Und schießt. Gamukul. Ja, ja, ja. Ah. Wäre ja auch mal schön. Moment. Schade. Ja, das ist taktisches Foul. Das muss man machen. Zieh. Gamukul. TB muss noch eins machen. Jawohl. Egal ob Sweaty, Teddy oder sonst was. Hauptsache Tor. Upgrade. Latte, Latte, Latte. Sag ich da nur, ist mir das. Er muss halt treffen. Er muss. Er muss. Deswegen schenken wir uns auch die Wiederholung. Was macht er denn da, bitte? Jawohl. Jawohl. Engamukul. Wir haben auch Körper, du. So. Feig hier. Schieß doch nochmal. Komm, Junge. Ach, schade. Der hat einen richtig geilen Longshot. Der senkt sich immer so schön. So. So. Gamukul. So. Boah, klasse Pass vom Gegner. Aber du, Chess hat auch noch ein Word hier mitzureden. Über Mokul. Auf TV rüber. Gleich ist das Spiel vorbei. Fünf Minuten Nachspielzeit. Boah, du kannst super fummel, mein Junge. Und nochmal ein Schussscanner am Ende. Jawohl, das ist der Sieg für uns. 3 zu 1. Perfekt. Und du hast auch wieder getroffen. Perfekt, Junge. Super, super, super. Ja, Sergeant Maxwell, da sah es aber alt aus. Da wurdest du glatt degradiert. Jetzt bist du nix mehr. Wir gewinnen am Ende. Man of the Match, ein Upgrade. Tor, ein Upgrade. Der Sieg, ein Upgrade. Drei Upgrades, Freunde. Und dann sehen wir uns mit diesem Bild in dem nächsten Part von TV & Friends wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das ja, Daumen nach oben. Nettes Kommentar, ich würde mich sehr freuen. Euer Krauer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.